einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und wir haben ja eben Uncharted 1 gemacht ich bin jetzt wieder im Hauptmenü wir suchen uns jetzt natürlich Uncharted 2 aus und werden Uncharted 2 anzocken und danach logischerweise Uncharted 3 ich werde bei jedem Uncharted mal so ein kleines Fazit abgeben und dann werde ich noch ein Video machen am Ende nach allen Uncharted teilen wo ich denn meine komplette Meinung sagen werde Kampagne ja normal Forscher normal einfach du weißt nicht gerade welche Uncharted 2 habe ich ich möchte sagen ich habe zwei gespielt drei habe ich hier in der Verpackung habe ich mir für die PS3 gekauft damals habe es noch nicht geschafft zu spielen das kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor gut ich habe drei gespielt mein Blut verdammt viel von meinem Blut das sieht man doch schon definitiv mega unterschied zu eins ganz gut du schnellst du 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 ok versuchen wir auf der seite auch 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 Ah, dadurch ist es jetzt hier. Alles okay, alles okay, komm. Oh, 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 oh. Ach, das ist gewollt, oder? Nee, das ist nicht gewollt. Das ist gewollt. Hoffentlich doch. Das ist gewollt. Okay. Oh, 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 komm hoch hier. Oh, das ist da, lieber. Oh. Neeein. Ist doch nicht. Uah. Ist gewollt, oder? Ist nicht gewollt? Ist gewollt. Achso, jetzt bin ich wieder da bei dem Rohr, wo abgegangen ist. Okay. Man kann ja auch keine Rohr haben. Warum auch? Nein. 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 Ich lege aber ja schon lange an diesem Klinge-Metalding da. Das sind zu voll. ganz allein Seemann Harry Flynn? Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen Komm her Ich hab einen Job für uns Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen Und weiter? Tja Und jetzt kommt der Haken Oh nein Du bist ja verrückt Ja, lass mich ausnehmen Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind Und einen, der es geschafft hat Gerade so Ich schaff das nicht ohne dich Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weißt, dass man zwei für den Job braucht Nein, nein, nein Drei braucht man Ja Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser Nate Drake Nathan Drake Hallo Harry Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft Das kannst du mir glauben Bestimmt Pass auf Ich hab alles geplant Rein durch die Kanalisation Kann's kaum erwarten So kommen wir in den Hof Und von da klettern wir dann die Mauer rauf Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter Und bingo Und wozu der ganze Aufwand? Fragst du dich sicher? Tue ich nicht, aber nur zu Ich glaube Das ist es? Eine Öllampe? Ja Die ist wertlos Was soll das? Haben wir uns auch gefragt Genau deswegen sind wir hier Tja, ihr arbeitet wohl für einen Spinner Einem Sammler Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld Und ganz nebenbei erwähnt Das ist es nicht wert Jetzt wart doch Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen Von dem Spinner, der zu viel Geld hat In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen Das Schriftstück ist von Marco Polo Ja, so weit waren wir auch schon Stell dir vor Dummerweise ist der Rest davon Unsinn Hey, Moment Damit sie niemals in falsche Hände falle Verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der Dreizehn Sag ich doch, totaler Blödsinn Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen Voller Schätze von Kublai Khan Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien Mit nur noch einem Schiff Und nur 18 Passagieren Und dabei hat er Jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert Nur nichts über die Schiffe Und die Passagiere Also, also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers Die nur gefunden werden müssen Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde Hier, die Lampe Voller mongolischer Schriftzeichen Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der Dreizehn Marco Polo hat was in der Lampe versteckt Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist Und Wir hauen den Typ übers Ohr Keine Frage Bist du dabei? Aber klar doch Was soll denn schon schief gehen? Ja, was soll schon schief gehen? Aber ich sehe schon Man sieht schon Es war Remastered Also praktisch überarbeitet Aber definitiv kann man auch hier schon Unterschiede erkennen Teil 1 und Teil 2 Wie die Grafik sich so Mit der Zeit verbessert hat Und durch das Remastered Nochmal oben drauf Hier soll ich bestimmt hin, oder? Ne, soll ich nicht Oh doch Pistole Okay, gehen wir hier durch Oh, was haben wir denn da? Mognition So, okay Verschlossen War ja klar Aber den Anfang finde ich schon mal sehr gut Kommt gleich so Hoppala Hier ist das Karma Dann wird auch gleich wieder In eine Schlacht drin geschmissen Oder praktisch Man muss sich erstmal hier langkangeln Dann ist man in einer Schlacht Nicht lange drum rum reden Um den heißen Brei Man ist gleich drin Finde ich gut Bei manchen Spielen Nervt das auch manchmal extrem Wenn man dann Ewige Wartezeiten hat Und wird fängt Und fängt nicht an Auch nicht Geschafft Tja Damit hätte ich jetzt Nicht gerechnet Aber dafür kommen voran Und dann Hinter uns Die sind hin und her Finde ich auch gut Hallo So viel zum Vorspiel Erklärst du mir vielleicht mal Was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja Du hast nichts gesagt So war's doch viel lustiger Egal Du bist nicht gerade das Was man Leicht zu finden nennt Besser als leicht zu haben Er ist eifersüchtig Vergiss mal nicht Wer hier wen im Stich gelassen hat Du hast gar kein Recht Eifersüchtig zu sein Jetzt mal langsam Chloe Wenn es dich beruhigt Meine Beziehung zu Flynn Ist rein geschäftlich Ach ja? Meistens jedenfalls Als mir klar wurde Als mir klar wurde Dass er tatsächlich eine Spur hat Hab ich mir gedacht Du wärst gern Mit von der Partie Was hast du vor? Wie abgemacht Wir ziehen es durch Suchen die Schiffe und Horn mit dem Schatz ab Mit Flynn? Mhm Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei Und du und ich Verschwinden Zusammen Diesmal Verstehe Bis dahin Darf er nichts von uns wissen Der Flippt aus vor Freude Das Wird er schon überleben Vertrau mir Ich muss was machen Ich dachte Stefan Ich muss was machen Ich finde es mit diesen Träumen Auch Cool Dass er da Wirklich So Halluzinationenmäßig hat Ich muss jetzt mal gucken Wo kommen wir hier raus? Ah hier Da wird es eine Kletterpartie geben Ich habe schon an dem Rohr gesehen Ah so Die Flammen Und so sieht doch alles Cool aus Oh Alter 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 Das Spiel hat Das Wiss ich nicht Das hat einige Einige Momente drin Wo man sagt Ja ist klar Ich weiß was passiert Und das passiert auch Denn So was wo man Nicht rechnet Dass es jetzt Überhaupt was passiert Und Momente wo Komplett anders kommt Als man denkt Find ich gut Oh Das ist jetzt Das ist jetzt Das ist jetzt Das ist jetzt Ja? Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein ich. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Kein einzigen. Wir sind da. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn's soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach so nennst du das. Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Da. Was hab ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay. Und den hier nehm ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenn den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kannst kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? So, Leute. Jetzt hier noch hier rüber. Und dann werde ich jetzt hier nach 20 Minuten auch schon mal den ersten Cut machen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Part. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwei oder drei Parts bei dem Spiel mache. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich will mir auf jeden Fall noch ein bisschen was angucken. Ja. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So,와 ich. So, ichle mich. Vielen Dank.